Und jetzt für den nächsten Vortrag, es wird genannt, über Überwachung zu umgehen und es ist nicht nur über die Metadaten, sondern auch über die Leute, die rauskommen. Lilly, Harry und Jason werden euch erzählen, wie es ist, diese Person zu sein, die überwacht wird. Also einen herzlichen Applaus für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, ihr wisst alle über die Überwachung. Das haben wir auch über die Mainstream-Presse gehört, über Snowden und die Metadaten und das Spionage, Computerspionage und so weiter. Leider haben die drei von uns eine bisschen intensivere Version der staatlichen Überwachung gesehen. Und wir wurden von Untergrundpolizei angegriffen, die in unser Leben angegriffen haben. Aber ich will ein bisschen über Undercover-Polizei reden und die Geschichte. Das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja alle. Und das geht ziemlich weit. Ihr seht hier oben rechts. Das ist, was jeder über staatliche Repressionen wissen sollte, von 1921, über die russische Revolution. Er hat ein paar Papiere vom russischen Zar gefunden und seine Spionage in den 1890ern und es ist also bis in die 1890er zurück dokumentiert. Dieses Buch sagt so viel wie, dass der Zar seine Undercover-Polizei geschickt hat, um die Feinde des Zaren mit verschiedenen Taktiken, die wir heute schon kennen. Zum Beispiel heute in eine soziale Bewegung zu gehen und die WDR-Imperate, Thailand-Herrsche dort einzupflanzen. Das fühlt sich für mich sehr bedrohlich an. Das ist ein großes Ding. Das ist nicht einfach nur komminelle Polizei, sondern staatliche Überwachung. Das fing für uns ein bisschen an mit dem Outing eines britischen Undercover-Cops 2011. Und der Cover, der Titel in der Mitte, das ist ein guter Titel darüber. Und da lernen wir mehr über diesen Fall. Mein persönlicher Fall als Aktivist war, in meinen breiteren Kreisen war es 1998, als ich zu Umweltgruppen gehörte. Und dann hatte das FBI eine große Operation gemacht, wo sie einen Undercover-Aktivist in unsere Gruppe eingesetzt haben. Und diese Person hatte intime sexuelle Beziehungen mit einem von uns und hat unser Vertrauen missbraucht und Informationen verkauft. Ich springe über all diese Themen und ihr seht hier Verschiedenes darüber. Spitze ist ein deutsches Wort, wissen wir. Oben grün ist das neue Rot. Das ist eine gute Zusammenfassung über die USA, wie dort über soziale Bewegungen ausspioniert werden seit den 1960ern. Bis 2006, wo es dann darum ging, radikale Umweltbewegungen zu zerstören oder stillzumachen. Irgendwo sehen wir auch geheime Manöver in der Dunkelheit. Es geht darum, wie Unternehmen spionieren. Und das ist Jason, der protestiert hat, geschrieben hat, Artikel geschrieben hat, in einer kleinen Stadt in Kalifornien und da Vizebürgermeister war. Das ist ganz interessant. Ich war da eigentlich mal kurz in einer Position, Chef der Polizei zu sein. Und in der Position hat er dann gegen Polizei gesprochen. Und wir haben hier ein bisschen gefilmt. Ihr könnt ihr mehr auf meiner Webseite sehen. Und ich möchte nicht totgeschwiegen werden. Wir gucken uns auch nach Finanzen. Also, wenn ihr da mitmachen wollt, das wäre toll. Es wird ein Filmclip gezeigt. Aus dem Film, der bald kommt. Spioniert. Ausspioniert. Mark und ich waren sehr brüderlich. Wir würden für unsere Beziehung fast das Wort Liebe benutzen. Es ist sehr merkwürdig, als ob deine Organe herumbewegt werden und Sachen ins Gegenteil verkehrt werden. Und schreckliche Sachen, aber das passiert zu allen. Aber das hier ist fast niemandem nie passiert. Das ist ein Betrug, aber auch traurig, weil wir diese Person verloren haben. Aber meistens wissen wir halt, das war eine echte Zeit. Aber das hier war keine echte Zeit. Britische Energiekonzerne haben zusammen mit der Regierung Klimawandel-Protestors unterdrückt. Mit Untercover-Operationen und mit quasi besten Freunden bei uns eingesät. Wir haben etwas gegen den Klimawandel-Protestors unternehmen wollen und wussten, dass wir dafür Kohlekraftwerke wie diese stoppen mussten. Und dieser hohe Turm ist der... Und das war alles cool. Wir sind da hochgeklettert mit genug Essen für Tage und wir haben einen Banner runterfallen lassen, wie viele Tonnen von Kohlenstoffdioxid dort verdampft wurde. Und wir waren, dass es das Problem ist, dass die Powerstation die ganze Zeit ein- und ausgeschaltet werden konnte. Wir wussten, dass sowas passieren könnte. Und dass Gasstationen irgendwo else würde auf anfangen. Und das ist nicht gefährlich. Also es war nicht irgendwie zu gefährlich für irgendjemanden. Die Polizei sagte, dass wir diesen Angriff auf Leute geangriffen haben. Wir haben die Großeltern angegriffen. Und die Unit, die wussten, dass es kein wirklicher Angriff auf das war. Die waren nur versucht, Leute zu beuntruhigen. Es ist komisch, dass sie die ganzen Ressourcen von hunderten Polizeiofficern dafür benutzt haben. Und ein Monat von Planung in diese Gruppen gesteckt hat, um das zu verhindern. Und wir würden überhaupt nicht jemandem wehtun. Überhaupt niemandem. Das beweist, dass wir nicht wirklich gegen persönliche Schäden sind, sondern über den Profit von Firmen. Wir wissen, wie gut die mit anderen zusammenarbeiten. Die Firmen arbeiten, Detektive und die Polizei und diese privaten Detektive arbeiten zusammen. Und wir waren zusammen und haben geplant, wie wir diese Runde aufzuschalten können. Und es waren 113 Aktivisten plus Mark Kennedy, der auch dabei war. Und der hat dafür gesorgt, dass die Polizei uns alle festnimmt. Und es ist der größte politische Arrest in englischen Geschichte, soweit wir wissen. Bleibt, wo ihr seid, sagen die Polizei, Officer. Musik? Musik? Ihr seid unter Arrest für das Potenzial, dass du versuchst, in den Staat zu arbeiten. Ich hatte keine Idee, dass Mark Kennedy mitgearbeitet hat. Wir würden nicht so weit gegangen. Das ist, was diese Polizeiofficierung gesagt hat. Und die Leute, die einen Unterschied gemacht haben. Okay, vielen Dank, Jason, dafür, für diesen tollen Film. Hallo. Ich würde Marek, der auch dabei infiltriert wurde von Mark Kennedy, könnte mit uns sein. Aber leider, anstelle von Marek, habt ihr mir, ich bekommen, einen kleinen Bürokrat von Cyberspace mit einem kleinen Interesse in Kryptografie. Aber in Wirklichkeit, der Grund, weshalb ich diese Arbeit mache, die ich mache, ist, weil es nur ein weiteres Problembereich ist. Genau wie das Protestieren auf der Straße ist eine Aneinanderreihung von Problemen. Und unter Cover-Polizei in den Gerichten zu kämpfen, ist eine anhaltende Arbeit. Ich habe mehrere Jahre lang protestiert in unterschiedlichen Antizentralisierungen oder gegen finanzielle Gruppen und gegen Klimawandel, um diese großen Klimaskatastrophe zu verhindern. Durch diese Protestaktionen, manchmal wurden die einfach, sind einfach schiefgelaufen. Nachdem sie schiefgelaufen sind, haben wir uns zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, was ist schiefgelaufen. Und auf einem dieser Treffen wurde ich von Julien Coupon, der hat uns Mark Kennedy beigezeigt. Wir hatten ihn, Mark Kennedy, der war schon eine Weile dabei. Und natürlich der Grund, weshalb die Protesten schiefgelaufen sind, war, weil wir einen Untergrundpolizist bei uns hatten, der die ganze Logistik organisiert hat. Es war nicht unsere Schuld, wir wussten das einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, es wäre doch toll, wenn wir hingehen könnten und diese Konversationen über die Zukunft verteilen können. Wenn wir außerhalb von großen Multiplizationen reden könnten, die United States in Amerika weitergeben. Wir haben mit vielen tollen Leuten dort geredet, wie zum Beispiel bei Occupy mitgearbeitet haben, obwohl wir damals noch gar nicht wussten, dass die Guy Fawkes-Maske so groß würde. Und hinsetzen und im Zelt wohnen wäre so öffentlich. Und Mark Kennedy ist trotzdem mit uns in die amerikanischen Staaten ausgemessen. Und dabei wurde ich auf einen Terroristen-Wattschritt oder was ähnliches gesetzt. Und als ich in die Amerika reingegangen bin, war ein FBI-Agentin, der hat gesagt, schau, du bist ein domestischer Terrorist, du kommst ins Gefängnis. Und ich bin, hey, was ist der Grund? Und es gibt keine Kriminalfälle, das ist kein Grund. Aber sie haben quasi meinen Computer mitgenommen, haben mich für mehrere Stunden lang festgehalten. Und es war nur eine grausame Situation. Und mein Anwalt hat gesagt, hey, habe ich es verändern und habe meinen PhD beenden wollen. Als ich in Großbritannien ankam, hatte die Polizei meine Schule und meine Freunde, wenn die die Großbritannien verlassen haben, wurden sie über mich befragt. Und die anderen sagen, hey, er zeigt uns, was über nationalen Extremismus heißt. Und er sagt, hey, diese großen Kohlenkraftwerke, die werden von Extremisten geerlaubt. Und die Leute waren damit nicht glücklich und sie wollten meine DNA haben. Und da habe ich gesagt, hey, das ist zu verrückt. Ich bin eine Gefahr für meine Freunde und ich habe die in England verlassen. Und ich bin in England gekommen, wo wir inzwischen wissen, wurden wir auch ausspioniert. Und ich habe organisiert, Proteste gegen globalen Klimawandel gemacht. Und in Kopenhagen wurde ich auch festgenommen und wurde zusammengeschlagen. Und ich habe in diesem Moment beschlossen, dass ich nicht mehr Straßenproteste mitmachen würde, weil das einfach nur zu gefährlich war. Ich weiß nicht, dass der Grund für dieses Ganze war Mark Kennedy, ein Untergrundpolizeiofficer, der ein Freund für uns war. Und ich habe mich zurückgezogen. Julien und neun andere französische Personen wurden aufgrund von Terrorismus festgenommen. Die haben letztes Jahr darüber berichtet und andere Freunde da dürfen nicht fliegen. Aufgrund einer No-Fly-List. Und ich habe gesagt, wir lernen viel davon, auf so einer Terroristen-Watchlist zu sein. Jeder sollte das mal mindestens einmal gewesen sein. Hi. Ich kann euch alle gar nicht sehen. Wow. Also, ich habe meine Einführung hier ein bisschen gefürchtet. Ich war eine von acht Frauen, die in Großbritannien einen Betrug und Entzug der Menschenrechte und so weiter gegen die Metropolitan Police klagen wollen. Vielleicht habt ihr ja schon gelesen, da sind auch ein paar Artikel in Deutschland erschienen. Mein Name ist Lilly. 2003 habe ich Mark Stone getroffen beim Meeting für Mobilisierung gegen den G8-Gipfel 2005 in Schottland. Er war sehr nett und hat meine Interessen geteilt und meine politischen Interessen geteilt. Und er hat mir sehr intime Sachen und Geschichten erzählt. Wir kamen sehr nah beieinander. Wir waren zwei Jahre als Geliebte zusammen. Er hatte viel mit meinen Eltern zu tun. Er war oft bei mir zu Hause. Er war auf der Geburtstagsparty meiner Oma. Und wir blieben sehr lange Freunde danach. Bis 2010, als ich Telefonanruf bekam von Freunden im Vereinigten Königreich, die mir sagten, dass dieser Mann einfach nie existiert hat. Und das ist wirklich krass. Und ich habe wirklich Trauer gespürt und war paranoid und konnte mich sehr lange einfach nichts tun. Und das war einfach sehr persönlich. Und das Gericht hat uns das Zeugenschutzprogramm gestellt, weil das alles sehr persönlich war. Und ich habe vorher schon oft was gesagt und immer unter Pseudonym und habe vermieden, gefilmt zu werden. Aber über die letzten fünf Jahre kamen wir noch einfach mehr ans Licht über diese Undercover-Agenten. Und zwischen 1998 und 2010 waren mindestens zehn Leute, mit denen ich zusammenkam. Sechs Leute, eigentlich Undercover-Agenten. Und dieses Jahr kam ich zum Circumvention Tech-Festival in Valencia, in Spanien. Und während wir von der Polizei kontrolliert wurden, haben wir diese GPS-Sensoren unter meinem Auto gefunden. Also so viel zu meiner Privatheit. Das war so ein bisschen wie so ein Weckruf, dass die mich für die letzten 17 Jahre gezielt abgehört haben. Und das ist besonders deshalb passiert, weil ich dachte, dass sie so etwas nicht tun würden. Oder dass ich nicht so etwas Interessantes tun würde. Und ich denke, dass Leute wissen müssen, dass das in Wirklichkeit zu echten Menschen passiert. Und ich habe mich gefühlt, dass Anonymität mehr wie ein Knebel ist. Und so habe ich gesagt, das lasse ich. Also hallo, das bin ich, Kate Wilson. Krasser Schritt. Großer Applaus und gut willkommen. Anhaltender. Und verdient. Wow, das hat sich merkwürdig angefühlt. Also, ich wollte ein bisschen darüber reden, warum wir das jetzt vor das Gericht bringen. Also, dass der erste Grund ist, dass das sehr persönlich ist und dass der Marc so ein Unterkörperagent war. Das macht mich wirklich paranoid und gefährdet alle Beziehungen, die ich sonst habe. Und wir wollen zurückkämpfen und die Kontrolle über meine Geschichte wieder erlangen. Das war wirklich eine starke Erfahrung, weil andere Frauen, die durch ähnliche Dinge gegangen sind, die teilweise in den 80ern angefangen haben, bis 2010 gelaufen sind. Und dadurch, dass wir miteinander geredet haben, kamen wir dazu, dass das kein persönlicher Betrug ist, sondern ein systematischer Missbrauch durch eine systematisch sexistische Organisation, die das seit den Dekaden tut. Und die Leute sagen, ja klar, Leute lügen doch in Beziehungen die ganze Zeit. Und ich denke, das ist sehr deprimierend, das als Grundlage mit der Beziehung zu sehen. Aber ich glaube auch nicht, dass das hier passiert ist. Nein, Marc kam mit falscher Identifizierung in mein Leben und ging durch einen Haufen Trainingsprogramme. Er wurde bezahlt für Überstunden, für die Nachtnächte, wo er bei mir geschlafen hat und hat alles getrackt, was wir kommuniziert haben. Und hat danach tatsächlich noch Abendbrot mit meinem Freund danach gehabt. Und was wir herausfanden, als wir da zusammen darüber redeten, dass der psychologische Manipulation rüberkam. und Marc hat einen Haufen Sachen erzählt, traurige Geschichten, wie es ihm ging und dass seine Eltern geschieden sind. Aber eigentlich sind seine Eltern immer noch zusammen. Und diese Geschichte... Und er hat sehr schmerzhafte Briefe über die Beerdigung seiner Mutter geschrieben, aber seine Mutter lebt noch. Und davon abgesehen von diesen ganzen Missionen und der Filtrationen, hatten sie emotionale Zusammenbrüche und haben irgendwelche Briefe hinterlassen, wo sie Suizid angedroht haben und haben ihre Partner absolut in Trauer zurückgelassen. Aber das war auch nicht echt und das war alles nur trainiert, um uns zu manipulieren. Und was wir noch sehr toll wollen, ist die Wahrheit. Und ich denke, wir haben naiv geglaubt, wenn wir die Polizei angreifen, dann werden sie sich verteidigen und mit Informationen versorgen. Aber nein, natürlich habe ich eigentlich die Rechtsabteilung der Polizei ans Telefon bekommen, die sehr viel Geld dafür ausgeben, dass sie keine Informationen überhaupt herausgeben. Und was sie jetzt sagen, ist, dass sie eine Policy haben, dass sie nichts bestätigen oder widersprechen, was mit Untercover-Polizei zu tun hat. Und so werden ganz viele Fälle aus den Gerichten geschmissen, weil da die Fragen einfach nicht gestellt werden wollen. Und ich habe versucht, den ganzen Prozess vor das investigative Tribunal zu stellen. Wenn ihr mit Menschenrechten oder Überwachung und so weiter Protest macht, dann kennt ihr bestimmt diesen Gericht, wo es speziell um Menschenrechtsbrüche, die durch den Überwachungsstaat gemacht werden, geht. Und sie haben mitgekriegt, dass viele Aktivitäten der Geheimpolizei die Menschenrechte verletzen und dass es dann ein geheimes Gericht geben musste, das diese Fälle behandelt. Und in unserem Fall, als wir versucht haben, das aus dem IPT herauszukriegen, hat das Gericht ungefähr das gesagt. Und weil das Parlament genau dafür das Gesetz durchgeführt hat, um Menschenrechte zu brechen, können wir nichts nicht darüber beschweren, die Menschenrechte verletzt zu haben. Ich musste viele meiner persönlichen Leben und meinen intimativen Zusammenhang mit der Polizei veröffentlichen. Und das ist diese Sache von Informationen, die wir zurückbekommen. Und immer noch, trotz allem, obwohl das seit fünf Jahren läuft, hat es viele Informationen rausgekommen. Wir sind schon zu lange dabei und ich weiß nicht, ich kann nicht in den Detail reingehen, aber ich könnte ganz sinnvoll sagen, die ganzen Leute, die Arbeit daran gemacht haben, die diese Undercover Research Group und die andere Organisationen, haben über Jahre in diesen Dokumenten gegraben und haben sehr viele Informationen auf ihren Internetseiten. Die Journalisten, Polaris und Rob Evans und viele ihrer Quellen, die diese Informationen uns gegeben haben und veröffentlicht haben und auch die ganzen anderen Gruppen und Individualen, die diese Operationen gelitten haben. Insbesondere die, die in diesen Cops-Kampagnen, die diesen Druck auf diese Informationen rausholen lassen möchten und diese Fragen zu beantworten haben möchten. Und wie weit wir jetzt dazwischen gekommen sind, also in Wahrscheinlichkeit ist eine sehr komische britische Sache. Wir können messen, wie der britische System fühlt, über die Frage, die Nummer von Inquiries und Reports, die darüber produziert werden. Und in diesem Fall, unter Cover-Polizei, ist 18 unterschiedliche Inquiries, die angefangen wurden oder als uns anderes nichts mehr funktioniert, dann rufen sie nach einer öffentlichen Inquiry. Und das haben sie gerade gemacht, die beginnt jetzt und das wird drei Jahre dauern. Und, ähm, ja. Es gibt hier irgendwelche Sound-Probleme, die... Private Spionage ist auch ein größeres Problem. Private Spionage ist auch ein großes Problem. In der nächsten Seite wird über die Inquiry mehr reden. Es wird Popularkultur gehen. Vor ein paar Jahren war ein Film über ein Privates Spionage, in der die East genannt wurde. Und hier ist eine Seite von einer Global Open, das ist eine Privatsorganisation von, äh, aus England, und die haben unterschiedliche Gründer für Polizei, ähm, verschiedene Sachen gearbeitet. Und der G8-Aktivist hatte da dabei, und als er wirklich da mitgemacht hat. Und da war Mark Kennedy ein privater Spion. Der hat vor Parlament gesagt, dass er vor Global Open gearbeitet hat. Und der hat auch den falschen Namen behalten, mit den aktivistischen Freunden, mit dem Mark Stone behalten hat. Er wurde zu einem, äh, ähm, Tierrechtsgruppe in, ähm, eingetragen. Und er wollte da hinfahren, als er veröffentlicht wurde. Und als er für diese Arbeit gearbeitet hat. Und die Polizei sollte veröffentlicht, äh, sollten verhalten werden. Und in diesem Fall war er halt ein privater Spion. Und sie werden nicht einfach öffentlich für verantwortlich gehalten. Und Mark Kennedy hat für diese Organisationen gearbeitet. Und er war auch noch Stratvor, das ist eine globalen Informationsgruppe, oder Spionagegruppe. Die Sachen wurden von Anonymous gehackt. Und, äh, Kennedy hat auch versucht, für die zu arbeiten. Und ich werde jetzt nur ein bisschen drüber springen, weil ich über diesen Topic reden werde, ähm, an den Konzernproteste.de in Berlin. Das ist eine Eintagskonferenz. Darüber, wenn, wie, was passiert, wenn Firmen kommen, Proteste aktiv arbeiten. Oder versuchen, die versuchen, ein Agenda-Setting zu machen. Die kriegen, schreiben in Chatgruppen. Und die versuchen, das Ziel von Protesten zu verändern, bis sie zu dieser Protest, äh, Kontrast gehen. Und in diesem Fall, wie Untercover-Policing läuft, Mark Kennedy war nicht der Einzige, weil, obwohl er in Deutschland war, nachdem Mark veröffentlicht wurde, wurde auch Simon mit dem Namen Brenner, sein Originalnamen war Brommer, der wurde in Heidelberg veröffentlicht. Nachdem er in den letzten fünf Jahren, ähm, werden jetzt endlich diesen Fall vor Gesetz, äh, vor Gericht gebracht. Das ist auch eine Demonstration in Heidelberg diesen Monat. U.S. Platter wurde in Hamburg, ähm, gefunden. Der hatte auch persönliche, äh, Fähre mit Aktivisten. Und die Pitchford Inquiry, ähm, in Großbritannien, ist nur über Großbritannien und Wels. Es sind überhaupt nicht in Schottland, also die ganzen Leute, die mit Mark Kennedy in Schottland waren, die werden einfach nicht gehört, aufgrund von unterschiedlichen Protesten. Und ein paar von uns Kampagnen versuchen dafür, dass wir wissen wollen, was er in Deutschland gemacht hat, in Mark Kennedy. Und in den letzten zwei Wochen haben Parlamenten-Mitteilnehmer, äh, und es wurden Artikel, wenn man sie sucht, ähm, dann wird man sehen, dass sie fordern, dass Mark Kennedy-Fall auch in England, in Deutschland mit dabei ist. Also der Fall wird nicht in Deutschland gelöst. Mark Kennedy hat drei, äh, Kriminalstraftaten in Berlin gemacht. Er hat einen falschen Namen angegeben, zu einem Richter, und das ist alles illegal. Das muss klarifiziert werden. Und ich und andere, wir versuchen in England, eine Kooperatisierung und Teilnehmer zu kriegen. Also wenn Pitchford diese, also das untersucht, dann werden Leute, die von Unterkörperpolizisten angezeigt werden, dann sollen Leute, die mit sitzen und ein Teil der, die ganzen Untersuchungen sein. Diese anderen Leute auf dieser, äh, Spüne werden das auch probieren. Wir, wir haben genug von diesem, auf, äh, von dem Umgehen und von dem Lügen. Und ich habe für meinen Film, Parlamententeilnehmer, Lügen, die haben gesagt, die Polizei war auch, hat auch zu denen gelogen. Und wir versuchen, da dabei zu sein, um dagegen kämpfen zu können. Der letzte Fall, da habe ich mit einem deutschen, äh, Parlamentteilnehmer geredet, aus dem Innenschuss, aus, Innenausschuss, und der hat gesagt, für private Cups, die werden nicht speziell reguliert. Und ein, und der Coverpolizei, sollte in Gesetzen beitreten. Und in Deutschland gibt es keine Gesetze darüber, was die tun dürfen. Okay, das sind, ich werde jetzt darüber reden, wie die wunderbare Logik von den Entschwingungen, von Dissidenten, von Terroristen, die, über soziale Netzwerke und Infiltration, wie die, wo man Kennedy besonders gut drin war, ist zu den Treffen gegangen und von den Leuten, die vielleicht einen Protest machen wollten, hat nicht wirklich darüber gekümmert, sich worum, und sein Job war einfach nur, die soziale Netzwerk auszubauen, oder zu zeigen, und die großen Influencer herauszukriegen. Das ist ein FBI-Inalysis, die sehr schlechte grafische, äh, Oberfläche hat, die wurde auch von Straitfall gegen Occupy Auckland benutzt und Solidarity mit München, wir hätten das Ganze nicht, hätte nicht Straitfall, nicht, wäre Straitfall nicht gehackt worden. Und das Undercover-Ding ist immer riesig groß und Power to the people, aber fickt die Geheimpolizei, ehrlich, tötet diesen Menschen metaphorisch, nicht in echt. Also was sie machen ist, sie versuchen herauszufinden, wer wen kennt und das Problem ist, bei der Logik, wir sind in einem Raum mit sehr vielen Menschen, ich habe meine Geschichte gerade viel erzählt, habe es zuerst in OECD in Paris erzählt und dem US-Repräsentativen, der mir da was gekauft hat und natürlich, ich nenne mich selber nicht einen Terroristen, ich bin auch nicht mit einem Verbrechen behaftet und ich glaube auch nicht, dass ich eins begangen habe, aber wenn man nach politischem Glauben wurde ich trotzdem auf diese Wortschlist gelegt und ja und wie alle, die quasi mit Mark Kennedy herumgehangen haben und eigentlich sind alle, die ich kenne potenziellen Terroristen und dadurch sind eigentlich alle in diesem Raum potenzielle Terroristen und dieser Typ, der einen PhD in Machine Learning hat, das ist eigentlich lauter falsche Positive, was auch immer die Versuchen da mit Mark Kennedy zu machen, das bringt dir einfach keine guten Daten, also wenn du merkst, ich bin auf dieser Liste, was soll ich machen, was du machen solltest, ja, die Gesetze sind ein bisschen verschieden, es gibt auch Frieden auf Menschen im Action Act in den USA, du solltest erst mal einen sehr guten Anwalt kriegen, sieht so aus wie der Typ aus, so wirklich wie aussieht, total geschildter Typ und ja, wir haben ein paar tausend Seiten auf dich und ich habe hier einen Burner Laptop und wie hast du meine E-Mail gekriegt? Ja, wir haben hier 6700 Seiten oder so und das wird nur ein paar Wege dauern und dann kriegst du ein bisschen davon und dann kriegst du tolle Files wie diese hier und alles ist ausgeschwärzt außer den Daten und du merkst da wird eine Untersuchung draus geführt gegen Harry Halpern et al und mein Anwalt sagt du möchtest ein et al sein also lief da wohl irgendwas wir wussten nicht genau was bis heute und du lernst auch eine Menge darüber wie das FBI funktioniert den du in deine Files reinguckst deinen Ordner merkst du mit wem sie alles reden wer alles über dich redet und wissen wir aber nicht weil da sehr viel ausgelassen wird was aber auf jeden Fall passiert ist ist dass Mark Kennedy sehr viel provoziert hat sehr viel Achtung durch die das FBI provoziert hat und ein Haufen Leute werden echt verrückt bei oh man du hast mir erzählt du wärst er hat mir erzählt du wärst irgendwie so ein böser Mensch und du würdest die Polizei kennen und ich dachte du wärst vielleicht ein Undercover Cop und wirklich Leute isolieren die unter Bedrohung sind ist sehr gefährlich und und mit so Annercover Polizei wie Mark Kennedy verstehe ich warum sie versuchen soziale Bewegung zu zerstören weil sie dafür bezahlt werden weil Leute siehst die Teil der Movements sind dass sie ihre eigenen Movements zerstören weil sie total paranoid werden und verrückt werden und die Polizei rufen das ist in New York oft passiert da würde ich keinen Namen nennen aber dann tust du den Job der Polizei und wirst dafür nicht mehr bezahlt also fick diese Leute aber ihr lernt auch dass ein Haufen Leute echt gute Leute sind Leute machen Fehler ich habe Fehler gemacht wollte wissen was passiert ist wer ist die Quelle dieser Daten was für Beweise hat die Polizei wir sehen viele Leute die unter starken Druck gesetzt werden durch das FBI und dem widerstanden haben und viele Leute normale Leute Familie Freunde denen würde ich gern allen danken die nicht unter diesem ganzen Druck zusammengefaltet sind von der Polizei und dann oh man Mark Kennedy ich war mental unstabil und ich habe einen Psychoanalyst gekriegt und der hatte gesagt ich sei mental unstabil und das ist falsch du hast einfach mit meinem Leben rumgespielt viele Jahre und ich kriege da immer noch viele Probleme wenn ich zum Beispiel nach den UK möchte und ich möchte aus dieser Liste runter und will wenigstens wissen warum ich drauf bin und du hast da wenigstens Menschenrechte worauf steht dass man das nicht machen soll ohne echten Grund und ohne Due Process und so weiter und so weiter wie in der Magna Carta geschrieben wird die es seit tausend Jahren gibt und in der EU ist halt dass du recht auf einen korrekten Prozess hast und fair behandelt werden musst und so weiter aber wenn du fragst und wie du das hinkriegst dann kriegst du eher sowas hier du kriegst eine nationale Sicherheit eine nationale Sicherheits Ausnahme und diese ganzen Undercover Cops die kommen einfach in die Welt weil überall Terroristen sind dieser ganze richtige Prozess und die Aufklärung und alles es kommt alles rausgeschmissen und dann kommen einfach alle in einen Status der Ausnahme in dem Gesetze einfach ganz willkürlich sind und alle irgendwelche Gesetze beschließen können da können wir einfach sehen wie der Europäische Rat Terrorismus definiert das ist eine sehr breite Definierung wo jede die jede Aktion umschreiben kann ja klar wenn ich McDonald's boykottiere das könnte schon Terrorismus sein das ist also ziemlich vage funktioniert das also der andere Grund warum wir diesen Fall gebracht haben weil wir wollen dass es nicht noch wieder passiert am Anfang was nicht nochmal passieren heißt war dass keine andere Frau wieder so missbraucht werden sollte wie wir es wurden aber es wurde ein bisschen breiter sehr viel breiter als das über die Zeit und ich glaube jetzt jetzt finde ich dass es sehr wichtig ist jetzt bin ich ein bisschen durch Entschuldigung also ich möchte meine Akten ich möchte wissen was in den ganzen Lücken steht die ausgeschwärzt sind und über die ganzen Sachen von denen ich nicht wusste was in meinem Leben passiert ist aber die geben diese Information nicht raus und diese ganzen Gründe diese Ausnahmen sind irgendwie legitim und wir haben Beispiele aus der Geschichte und ich war in Berlin bevor ich herkam und das ist ein Ort wo sie eigentlich entschieden haben dass das was die undercover Polizei gemacht hat nicht legitim war die Stasi und dass alle Zugang zu ihren Ordnern bekommen haben und ich möchte dass da ist nichts das Leute tun können das begründet dass so ein politischer Druck ausgeübt wird und das andere ist das jetzt sehr wichtig ist dass dass Repa und die IPT einfach verschwinden und ja eigentlich ich denke ich dass es darum geht dass für viele Leute hier dass viele hier in Campaigning versteckt sind die damit was zu tun haben und ich glaube wir sollten diese Leute einfach treten so oft wir können smash die Repair und die IPT so oft wie es nur geht bis sie weg sind oh hey und doch eine Sache die ich gerade sagen möchte ist das Problem mit was genannt wird Pervasives Überwachung oder gezielte Überwachung und das sind Sachen die akzeptabel sind ich arbeite mit vielen Ingenieuren die bei Microsoft oder Google Arbeiten sagen das sind recht nette Leute für die meisten ein bisschen Probleme mit Massenüberwachung hey NSA überwacht überall und wir müssen aufpassen dass diese übertriebene Überwachung ein Problem ist es gibt das Mythos vielleicht bräuchte die Polizei eine Hintergrundtür für eine wirkliche Person die große Ziel ist wir müssen die Personen einfach überwachen wie zum Beispiel den Typen da drüben und das eine zielte Überwachung dieser Punkt von Macht überhaupt generelle Überwachung ist das Überwachung von speziellen Personen und diese ausgewählten Personen sind in der Regel Aktivisten die diese Welt zu einer besseren Welt machen wollen und häufig unter einem sehr unklaren Punkt ist wie diese Sachen gezielt werden könnten die in Personen in diesem Raum oder jede Person auf der Welt nicht angegriffen werden man muss also ganz gegen gezielte Surveillance sein und was das Wichtige ist ist dass wir diese Gesetze nur sehr schwer ändern können es kann sein dass es nie passiert aber in der selben Zeit müssen wir irgendwas machen und ich glaube wirklich dass der Weg wie Hacker sozialen Arbeiten helfen können wenn sie dabei helfen nicht nur allgemeine Überwachung aber auch gezielte Überwachung verhindern im Endeffekt glaube ich dass alles also alles was ich glaube bevor ich Kennedy treffe glaube ich inzwischen noch mehr Kapitalismus wird gegen Ende gehen es wird sterben in ein paar Jahrzehnten Klimawandel ist ein großer Angriff gegen Menschlichkeit und das finanzielle System ist kaputt junge Leute können nicht in die Straße gehen um überwacht zu werden und solange das werden wir nie was ändern werden nie die Welt kriegen die wir haben wollen ich ist das ja ja und ich glaube es ist sehr wichtig es zu sagen ich meine natürlich meine Geschichte ist ja schlimm und die Sache über die Verheten ist ja schlimm aber und ich möchte nicht nur Leute hier rausschicken die haben einfach nur Angst und traumatisiert und einfach nur Sachen tun sollen sondern Leute müssen wissen dass diese Sachen passieren und dass diese Sachen zu uns passiert sind weil wir was großartiges gemacht haben und hört nicht auf großartige Sachen zu machen weil ihr Angst davor habt bewacht zu werden und wenn ihr ein Deutscher seid und Deutscher dann könnt ihr Sachen dir machen wir haben nicht darüber geredet über die Probleme in der Europäischen Union es wurden aber Fragen gestellt in der Europäischen Union auf dem Level der Europäischen Union wie können diese ganzen Sachen passieren diesen Menschenrechtsproblemen müssen wir das Ganze in der Europäischen Union besprechen dann können sie Druck dort machen sie können Druck im Deutschen Parlament machen sie können zu den Straßen gehen ihr könnt meinen Film unterstützen oder wenn ihr in Deutschland seid könnt ihr helfen diesen deutschen Verfassungsschutz also die deutsche Geheimpolizei zu verbieten zum als ich gefragt wurde dass die deutsche Polizei im BKA wurde über Mark Kennedy gefragt weil er sich den Verfassungsschutz darüber gefragt wurde wurden 31 Personen in Sachen mir gezeigt wurden die ausgestrichen wurden und in ganzen politischen Sachen und da war nichts illegal 31 Sachen in meiner Verfassungsschutzdatei da war nichts davon war illegal es waren alles öffentliche Informationen und ihr könnt diesen Leuten helfen ich werde auch mit denen in Berlin reden und wir sind aktiv wir wurden nicht davon eingeschüchtert und ich hoffe dass ihr mit uns da steht und versucht Recht zu finden vielen Dank und Applaus aus dem Publikum und letzter Punkt ich habe vergessen darüber zu reden wenn irgendjemand von euch von Untergrundpolizisten angegriffen wurde man kenne die wäre toll aber es gibt auch viele viele andere sollten sie versuchen entweder diese Dokumente zu einem Anwalt geben oder vielleicht auch meinem Anwalt gebe ich diese Informationen oder ihr könntet die vielleicht auch leaken oder veröffentlichen und auch wenn Polizisten diese Sachen schauen wir haben viele Dokumente was wirklich dieses ganze Lügen ihr werdet nicht gewinnen im Endeffekt also kannst du mich hören also wie wir jetzt sehen haben wir viel Zeit für Fragen also kommt bitte zu den beiden Mikrofonen die sind hier und da links und rechts also wenn ihr wollt stellt euch da hin da ist einer im blauen Hemd mit einer Frage ja vielen Dank schön dass Leute zurückkämpfen und wenn wir auch diese Files haben wollen vom BKA oder Verfassungsschutz da ist morgen ein Workshop how to get your file also wie du deine Daten vom Geheimdienst bekommst am Dome um 12 12 da gibt es einen Workshop Nächste Frage Ja vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag und ich glaube ich sage wahrscheinlich im Namen von allen wunderbare Solidarität zu euch und allen anderen die von untergrund von versteckter Polizei überwacht wurden oder eins der interessantesten Sachen die hier rausgekommen sind aus den Veröffentlichungen ist das war nicht wirklich das Ziel davon es scheint dass die Sachen die ich gesehen habe in unterschiedlichen aktivistischen Zirkeln involviert war habe ich genauso gesehen ich war dabei als Mark Kennedy wirklich groß wurde wir wurden wirklich angegriffen wurden von dieser paranoiden und ich höre Sachen wie also sobald irgendjemand den Kopf irgendwo raussteckt weil sie sehr gut sind oder weil sie sehr viel Erfahrung haben oder weil sie sehr viel wissen oder vielleicht auch nur weil sie sehr gut sind damit was sie tun oder sobald eine Meinungsunterschiedenheit mit dem anderen ist dann fangen die Angriffe zu steigen siehst du den Typen da mit dem der Kamera der ist garantiert ein Untercover Agent warum filmt der denn gerade ich zeige gerade auf einen CCC Kamera Operator oder oh siehst du den weißt du ich habe gehört das war auf CNN auf BBC die haben wirklich kleine Drohnen die sind so groß wie deine Finger und die können überall hinfliegen und irgendwo landen sogar in einem Hurricane und die können dich mit dir folgen das ist was Kennedy drüber war ich habe das gehört und meine Frage ist wo gehen wir von hier aus hin was haben diese Sachen diese Paranoidät und unsinnvolle Paranoidät mitbekommen wie haben ihr damit gearbeitet und wie können wir als Aktivisten dagegen darauf antworten die einfach gegen uns gewachsen ist ok das ist eine sehr gute Frage in meinem Fall glaube ich ich war nicht ausreichend paranoid aber ich habe auch in vielen Sachen war ich glücklich dass ich nicht paranoid genug war ich habe mit einer anderen Frau geredet die auch mit Waag war nachdem er veröffentlicht wurde und was sie gesagt hat war ich glaube ich bin nicht so gut der R&P Leute zu verurteilen aber vielleicht ist das auch gut ich möchte nicht rumgehen und Leute einfach so vorverurteilen man muss vorsichtig sein man muss auch seriös darüber sein lange vor Mark Kennedy bevor Mark Kennedy veröffentlicht wurde haben wir auch schon waren wir auch schon paranoid und in vielen Fällen werden paranoide Sachen gemacht die zielfrei sind die Fehler die Probleme bringen was Harry auch in New York erzählt hat und dann machen machen wir nicht die sinnvollen Sachen also was ich sage würde ist wenn ihr denkt dass irgendjemand ein Untercoverpolizei ist dann flüstert nicht darüber redet nicht mit anderen Personen darüber versucht nicht persönlich anzugreifen sondern schaut ob ihr es rauskriegen könnt die Untercoverpolizei die veröffentlicht wurden waren Leute die Leute verursacht haben die haben nach BIRD-Zertifikaten geschaut sie haben wirklich versucht herauszufinden und es ist wichtig zu sagen dass die Leute die Untercoverpolizisten waren waren nicht die Polizei die nicht gemocht wurden der Komiker der in der Komma in der Ecke ist wo alle sagen hey das ist wahrscheinlich ein Polizist weil er nicht komisch ist sondern das waren die besten Freunde ich habe ich habe mit Sachen wo zwei waren und der andere war ein Untercoverpolizist und wenn Leute das wirklich untersuchen dann untersucht man seine Freunde und das ist ein Ding das man sehr problematisch ist und das ist etwas was man nicht ganz einfach so macht nicht einfach nur um ein Gerücht zu streuen und das ist wirklich wichtig seid sensitiv darüber wir können es auch falsch sein sagt nicht hey der ist nur ein Polizist bis ihr es wirklich wisst und ja versucht versucht auch vorsichtig zu sein was ist wirklich sicher was muss geheim gehalten werden worin können Sachen Leute mitmachen auch wenn das bedeutet dass Untercoverpolizisten involviert sind sonst schalten wir uns selber aus und werden mehr und mehr paranoid und werden weniger und weniger effektiv jetzt sagt ein anderer Sprecher eine gute Transparenz ist in der Gruppe ist auch sehr hilfreich ein Teil der Sache die ich lese ist Hinweise war at home ein Buch ist natürlich war at home und wo amerikanische Aktivisten überwacht wurden da sind große Ideen drin wenn man in einer bestimmten Gruppe ist und man kann nicht damit arbeiten kann man vielen Aktionen aktiv sein man kann Flyer ausgeben man kann Millionen von Sachen machen und eine der Sachen die irgendwie traurig ist in diesen Fällen wenn er paranoid ist und die veröffentlichen das oder die weggehen dann müssen wir darüber hin wie können wir ein lebenslanges Leben haben wo wir aktiv sind und wo wir aktivist sind und wie wir in unserem ganzen Leben damit arbeiten ok die nächste Frage vielen Dank für euren Talk ich bin so so verärgert wenn ich höre was zu euch passiert ist und so stolz dass ihr so würdevoll dem entgegensteht ich war im Vereinigten Königreich sehr oft als der Mark Kennedy Case rauskam und als du dann anfing euren Prozess heranzubringen da waren Gerichte die ekelhafte Sachen gesagt haben wie irgendwelche James Bond Fantasien irgendwelche Polizeichefs die darüber geredet haben dass Lügen ganz normal ist in einer Beziehung wo sie dann kleine Fälle gebracht haben wo Sex mit Aktivisten haben wirklich Teil des Jobs und toller Teil des Jobs war wo es dann darum ging jede persönliche Froheit einzuschränken und was würdest du dazu sagen zu diesem institutionalisierten Sexismus und was da passiert also ich glaube das Problem mit dem institutionalisierten Sexismus ist dass durch die Dekaden der Unterkörperpolizei durchzieht ist das warum weil es immer Fälle zwischen sexuellen Begebungen mit Männern gab waren diese Langzeit Beziehungen wo ich meine wir werden eigentlich benutzt als Teil ihrer Cover Story und das ist immer nur Frauen passiert und ich glaube ich will gar nicht darüber nachdenken was die Cafeteria Kultur da sein muss in diesen Undercover Polizeiberufen und das hält mich nachts wach und ich denke diese Nachricht rauszukriegen ich weiß nicht wie ich diese Frage beantworten soll wie wir müssen es einfach immer wieder sagen eines Probleme mit der sozialisierten sexismus ist in der metropolitaren polizei ist dass der sexismus des rechtssystems in Britannien eingebettet ist und das wieder in dem sexismus der Gesellschaft also da müssen wir auf einem Haufen verschiedenen Levels kämpfen und was wir machen ist indem wir diese Fälle zusammenbringen und das zeigen das nicht das haben sie am Anfang versucht zu sagen das ist nur ein verrückter und Mark Kennedy hat das gemacht aber das macht ja sonst keiner und dann kamen andere Fälle raus die dann sagen naja da war diese ganze Einheit die total aus der Kontrolle gekommen ist und die haben wir natürlich auch eingeschränkt und das ist alles in Ordnung und dann kamen noch mehr Fälle seit dem diesem Gesetz die zeigen dass es systematisch ist dass es oft getan wird und das Teil ihrer Operationstaktik ist und ja wir brauchen mehr Whistleblowers klar das wäre wirklich großartig für diese Undercover Cops die diesen Film gucken die hier im Raum sitzen ja wir haben noch Zeit für eine weitere Frage bitte ja New York City war ich ein Jahrzehnt da hat das New York Police Department eine Gruppe Muslime Massen überwacht haben da gibt es auch einen Gericht vor zwei Jahren einer der Richter hat gesagt ist der wirkliche Fall war wirklich darüber dass diese Überwachung bekannt wurde und ich bin der Fall wenn sie mit unterschiedlichen Leuten darüber reden und ich bin Zeit Taktiken was ist ihre Antwort als diese Probleme sind und warum Überwachung in sich selbst das Problem ist so ich meine Überwachung erzeugt eine Kultur der Angst und der Paranoidät und wenn wir eine große komplexe Gruppe haben dann ist dass sie wirklich verändert werden muss und bei dem Zerstören durch dass die Kreativität zerstört und die Möglichkeit der Menschen sich selber zu organisieren dann wird ein sehr großer sozialer Selbstmord für die gesamte Gesellschaft gemacht das ist ein sehr großes Problem man wird nie die Gesellschaft verändern dadurch einen Polizeistaat zu machen auch wenn einer der durch Terrorismus angeblich okay ist und warum wir sagen warum müssen wir mehr verschlüsseln einer der Gründe ist wie finden wir die Terroristen in Verschlüsselung und andere Technologien die effektiv die persönliche und Massenüberwachung schwerer machen ist ein öffentliches gut genauso wie Straßen ein öffentliches gut sind und im Endeffekt Terroristen benutzen Straßen sie benutzen Flugzeuge verbinden wir Flugzeuge und zerstören wir Straßen die wir haben nein wir machen sie auch nicht illegal dasselbe ist mit Kryptographie die Kultur die von Überwachung ist zurückzuhalten diese Innovationen und in der Numerisierung oder Privatsphäre verbessernde Technologien und es ist wirklich möglich das zu zerstören mit der wenigen Sachen die unsere Rechte zu verteidigen wenn unser legales System sehr klar ist was da der Fall ist so in dem Fall wo Kate drin war oder wo ich drin war oder wo Jason drin war die legale Infrastruktur braucht die technologische Garantien weil die legale Struktur untergraben wird komplett untergraben wird von dieser kompletten Sinnlosigkeit von der Überwachung ok ich habe mit meinem Supervisor überwacht und wir haben noch eine weitere Frage die letzte das ist nicht so wirklich eine Frage ist eher ein Kommentar diese ganzen überwachten Menschen und Aktivisten das ist in Südamerika auch die ganze Zeit passiert und du hast da große Arbeit gemacht weil was dabei herauskam ist dass viele die damals infiltriert wurden im Aktivismus nach ein paar Jahren eine Art politisches Zentrum wurden und das die Leute waren die raus gekommen sind und gegen die Hierarchie gekämpft haben und des Staates und das hat sie sehr gut gemacht denn sie hatten die Möglichkeit noch wichtiger zu werden und noch mehr Einfluss zu bekommen in der Gesellschaft Ein kleiner Kommentar dazu ist diese Datenschutz Regulation die aufgeboten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg um die Schaffung eines massiven Polizeiapparats wieder aufzubauen war wie schlimm es halt geworden war und indem wir diese ganzen Gesetze wieder unterminieren haben wir es natürlich einfacher gemacht dass diese riesen Überwachung Wiederkommen aber ich bin eigentlich ganz glücklich ich bin so ein weißer Typ ich arbeite in der IT ich bin nicht tot ich bin nicht in Guantanamo und viele Leute die auf diese Listen landen in einem dreckiger Krieg wo da wird das ganz gut gezeigt die Leute die in Pakistan oder Irak sind oder in vielen Ländern die werden getötet also das ist ein großer Unterschied aber gleichzeitig heißt das auch wir müssen wirklich kämpfen und dass wir dagegen vorgehen können denn viele dieser Tötungen werden durch westliche und europäische und US Regierungen gemacht und wir müssen dadurch dass wir hier dagegen kämpfen verhindern wir so etwas auf der ganzen Welt vielen Dank für diesen sehr interessanten Talk runden Applaus lauten Applaus für Kate Held Harry und Jason vielen Dank das ist für euch Leute sehr guter Job Applaus 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 Applaus